Ja, ich trage euch heute ein kleines Gedichtchen vor und zwar trägt das den Namen Unreine Reime. Das ist jetzt für all diejenigen gedacht, die nicht so richtig das mit dem Reimen hinbekommen, so wie meine Wenigkeit auch. Und ihr könnt ja vielleicht mitschreiben und die Regeln, die man so braucht, um richtig zu dichten, sind wie gesagt in diesen Text reingepackt. Und ja, hört mal genau hin, ob das so geklappt hat oder nicht. Manchmal fragen mich die Leute, was mir ein Gedicht bedeutet. Gut, man hört's, so manchen stört's, ein T müsste eigentlich noch leise dran, aber das hört sich doch scheiße an. Deswegen reime ich und lasse manchmal heimlich den letzten Buchstaben weg, damit keiner entdeckt, dass ich gar nicht so gut reime. Wie das alle hier so meinen. Gut, eigentlich ist das Schwindel und Betrug, aber Betrüger und Gesindel gibt es ja genug. Ja, ich muss halt reimen, wie's grad passt. Doch in Fachkreisen ist dies sehr verhasst. Aber was kümmert mich eigentlich ein Fachkreis? Dieser sogenannte Fachkreis ist irgendwer, der irgendwas übers Fach weiß. Jemand, der sich oft mit Wissen brüstet, das ihr gewiss auch wissen müsstet. Und aus irgendeinem Grund, man weiß nicht weswegen, ist er niemals dafür, sondern immer dagegen. Dieser Fachkreis versucht mit seinem Wissen, der so oft es geht, ans Bein zu pissen. So zum Beispiel. Herr Esser, beim Schreiben muss ich mich nach Gesetzen richten und darf dann nur so meine Sätze dichten. Denn Wortwahl, Klang und Wortspielerei tragen zu schöner Reimbildung bei. Weil sonst ja jeder, der was schreiben kann, fing dann ja mit dem Reimen an. Und so einfach ist es schließlich nücht mit dem Gedicht. Ach, muss ich mich nun auch beim Dichten nach diesen ganzen Regeln richten? Ich mag mich nicht an Regeln halten, vordiktiert von dichten, alten, also von diesen ganzen alten Dichtern. Strunzen dicht und selten nüchtern, denn ich, ich bin höher, schneller, besser. Vorne Julius, hinten Esser, meine Stimme ist mein Kapital, ich bin wirklich phänomenal, ich bin der Größte und der Beste Rhyme-Meister. Nee, würden sie schreien. Was laberst du für ein Scheiß da? Ich soll mal wieder bitte richtig denken. Das Ganze in jambische Bahnen lenken. Und dazu ein schönes Zitat von Hermann Hesse. Ich zitiere hier Laurin Buser. Bitchfresse! Oder besser noch Scheiß drauf, denn ich scheiß auf Metrum, Hebung oder Pargereime. Schöner Rhythmus in vier Strophen sind bei mir leider Fehlanzeige. Gut, abgesehen vom Vers. So ein Vers, den sollte jeder Text schon haben, weil ohne Vers, Vers ziemlich schade. Aber, aber meistens, meistens, da schreibe ich einfach wild drauf los. Und wenn es sich mal reimt, dann ist die Freude groß. Aber nicht, nicht, weil es schön klingt, geht mir dann einer ab. Nee, weil ich mit dem Vers einfach mal Glück gehabt hab. Und wenn ich mit dem Reim dann dein Herz berühre, dann ist das für mich das Höchste der Versgefühle. Denn einen schönen Reim machen, einen schönen Reim machen, das ist wie Zelten. Man macht es selten. Und genau darum, genau darum hat heute mein letzter Reim keinen.